aha stufe zwei habe ich erreicht fest mal im erdenden saal ist jetzt für aha ah ja tutorials und die tipps tutorials anziehen so wollen wir das jetzt hier aufgabe blabla rede mit städten mädel blablabla begrenzte zeit alle jäger auf der himmelstürmer untersuchen eine bla damit das beginnt jeder blablabla kann machen das letzte zeichen sammle spuren zerstöre teile und sich schaden an der neben dem aha geht als erfolg sobald die hörner zerstört sind die sind am kopf dazu müsste ich die kanonen schneller finden ja ne knicken kann sie das habe ich so den eindruck ich meine ich fand den fortschritt mit den bomben fand ich schon echt bombig aber ansonsten ätzend läuft die jagd komädel absolut ätzend es gibt hier immer noch quest die ich abgeschlossen habe ich frage mich welche so der sinu jiva ist gerade weg dafür haben wir den kram hier ja ok wir nehmen wieder das und diesmal dass man es einfach auf vier ob er dann sehen wir noch ein notsignal zeichen dann mal gucken ob irgendwo dazu kommt wenn hier überhaupt ein notsignal zeichen funktioniert das ist ja auch noch so ein ding ach guck mal hier geht das jetzt abzubrechen ja schön gut zu wissen gut diesmal versuche ich gleich die kanonen zu finden und damit auch das fiech zu schießen damit ich da unten die ganze zeit mit den dummen katzen zu tun habe ist jetzt mal nur so ein zweiter versuch wenn der nix wird keine ahnung was da was dann dann vielleicht lassen was dann einfach okay kommt jetzt jedes mal diese zwischensequenz ich hab's jetzt einfach mal abgebrochen jetzt machte ich auf ja ja genau packen wir es an mhm dort hier drüben bin bereit jetzt lade die verdammte kanone hier kommt das fiech in unsere richtung nein wir merken uns mal hier oben ist kanonegeladen ja ist auch kanone und sie ist besser platziert das könnte also eher was werden lomi los bleib stehen du mistvieh bleib stehen du mistvieh okay das kannst du klicken das wird nix dann kann ich ja die jetzt hier richtig ausrichten hoffentlich soo reicht sie bis dahin äh egal feuer lomi schau okay sie geht jetzt da lang so hier sind fässer das ist sehr toll aber ist hier auch irgendwie ne bum 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 nö gut in dem fall zack und zack und zack ich bin da mal weg okay hier vorne ist ein x heißt das hier ist auch eine kanone oder eher nicht so nö heißt es nicht blöde frage woher krieg ich dann eine sind hier oben welche warte mal warte mal warte mal sie kommt von wo von da nö sie ist da hinten irgendwo ah dammit nein 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 hör auf zu drehen in andere richtung da ich sehe sie hör auf zu drehen und feuer dann kann das ding da durch und wir können indessen nachladen ich finde wir machen das jetzt schon viel besser als eben die ganze zeit wo wir um das ding rum gerannt sind und feuer vielleicht treffen wir noch okay okay das war dumm und jetzt ist alle wieder rauf da rauf da rauf da rauf da ich hätte vielleicht die käfer nehmen sollen müßt okay okay da ist sie kriegen wir die kanone einmal direkt oben gedreht oder wird das zum problem ne kriegen wir nicht ja verdammt das war jetzt auch genau falsch die haben wir auf der seite noch irgendwas zu bieten okay da ist jemand die herr lord beaters ist uns beigetreten na schau einer guck und wir haben doch nicht mal das notrufzeichen gesendet ich idiot habe ich voll vergessen jay die dem die die den sind jetzt Wo ist das direkt Stück hin? Da hinten hin. Ah. Kyle. Keifer. Er ist schon wieder woanders hin, der Penner. Und schon wieder woanders. Also mal. Kann er sich mal entscheiden? Okay. Wie schwer kann das schon sein? Ist ja kein Senojiva, ne? Willst du nicht die Spur verlieren? Ich geb mir Mühe. Ist jetzt halt die Frage, Fußspuren sammeln oder den Vieh folgen? Ist er gerade am Abhauen, der Penner? Goldmantel wird gleich. Ah. Gelegenheit, das Ding anzugreifen. Gut. Mach ich das doch mal. Ei, 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 ei. Scheiße. Damit hab ich nicht gerechnet, dass jetzt wirklich was passiert. Was hat er geschrieben? Don't sweat it. Aha. Merde! Merde! Oh, goldene Fledermäuse kann man hier auch einfangen. Das ist ja, was ich hier alles machen muss. Okay, bevor jetzt noch welche kommen, ich lad mal kurz mein Netz. Das ist ja, was ich hier alles machen muss. Das ist ja, was ich hier alles machen muss. Aha, gold, flatter, äh, goldene Fledermaus. Punkt. Alter, diese Rutsche hier ist auch nicht ohne. Hätte ich das gewusst, hätte ich nur eine richtige Rüstung mitgebracht. Eine, die ein bisschen, ich weiß nicht, feuerfester ist. Oh, ein Horn ist gebrochen. Dann brechen wir noch das andere Horn. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Was ist denn das? Wie hat er hier ein Häufchen gemacht? Irrp, hat er... Aha, goldene Spiralhorn. Gut, wir kriegen endlich Materialien. Das heißt, ich kann gleich mal gucken, was dabei rumkommt. Slide... Slicer! Ja, ha, und das auf dein Horn drauf. Na, da hast du aber Spaß, Kumpel. Ich sollte hier weg, bevor mich das Ding wieder tötet. Ich bin gerade so überhaupt nicht in der feuerfesten Verfassung. Wie ist denn, er kann das? Er kann da hochfliegen ohne Ende. Der ist gut darin. Scheiße. Okay. Nein, der wird da jetzt nicht etwa wieder kalt. Okay, Trick 17 ausprobieren. Scheiße, ich sollte vielleicht erst mal einlegen. Okay, warte mal, er ist drauf, er ist drauf und... Das kann sonst was heißen, dass er drauf ist. Er ist wieder drunter. Okay. Hey, Vieh! Okay, das bringt gar nichts. Ah, der Rückzug wurde aufgehalten. Sehr schön. Will ich mich verarschen? Drittes Gebiet? Okay. Ich schätze mal, hier sind nicht umsonst Frostpilze. Nein, hier sind nicht umsonst Frostpilze. Ich bin doch gerade nicht für Feuer gemacht. Ich habe wohl gegen Theostra gekämpft, damit ich genug Hörner kriege. Um meine Waffe endlich auszubauen, aber... Danach habe ich Kuschala angegriffen, weil ich von dem auch noch die Hörner brauche. Um einen Blick habe ich immer so viel Schwein. Das heißt, vielleicht mal kurz schnell wieder, bevor ich hier komplett verbrenne. Mann, ey! Das heißt, mich vielleicht zurückhalten, sonst verlieren wir hier noch, weil ich idiot zu blöd bin, am Leben zu bleiben. Oh, ernsthaft? Friss schneller. Mampf, 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 Mampf. Ey, komm! Gebiet 3. Wie gesagt, vielleicht sollte ich mich lieber zurückhalten. Weil wenn ich mich nicht irre, müsste meine Rüstung gerade ziemlich feueranfällig sein. Naja, richtig, ich vergaß. Naja, Feuerresistance 0. Geht hier noch. Das ist nur die Frage, was ich hier am besten mache gegen das Vieh. Man, ich dachte, ich hätte jetzt umgeworfen. Nee. Nein, 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 nein. Nee, nee, nein, nee. Nee, 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 nee. Toll, jetzt liegt das Ding. Jetzt, wo ich hier hinten rumhänge. Jetzt steht das Viech wieder. Jetzt, wo ich auf es zulaufe. Ich weiß, wir müssen auf die Hörner rauf, aber machen wir das irgendwie. Heiß, 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 heiß. Boah, musst du mitten in einem Vulkan kämpfen, du Dreckstück. Ah, das wird lustig jetzt. Preisfrag, kann ich so auf das Ding aufspielen? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt nehmen wir mal das Material mit, wenn wir schon mal hier sind. Nein, heiß, 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 heiß. Weg, 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 weg. Okay, jetzt hat er uns ein bisschen auf den Kieger, habe ich so den Eindruck. Doch nicht. Wie ist denn der gerade geflogen? Vor allem, was ist der gerade geflogen? Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt spuckt der auch noch flüssig Gold hier. Wie viele zigtausend Goldene Klumpen habe ich jetzt eigentlich schon? Du mit. Wow, da kann ich mich rollen, wie ich will. Wenn das einmal in Schwung ist, dann habe ich einen Arsch. Oder eher, dann bin ich im Arsch. Ich bin ein Arsch. Na komm, los, durchs Feuer, durchs Feuer, du willst doch auch. Ach, zu spät. Aber gute Idee, ich könnte mal wieder so einen Cooldown-Cocktail nehmen. Müssten hier nicht noch zigtausend Leute unterwegs sein? Jetzt verpisst dich doch mal von mir. Okay, er leuchtet nicht mehr, das ist doch mal... Die Gelegenheit. Ach, komm schon, ey. Ach, Mann, ey. Gut, wir sind jetzt also feuerfest beim nächsten Mal. Glimmstein, Rüstkugel 3, Fusium, Erz, Rüstkugel 3, Goldfragment, verlassen. Na, immerhin ist irgendwas gestiegen. Leidensmeister, Zielzerstörer, Schatzsammler. Siehst du mal, ich war geizig und alles Mögliche. Und der andere hat einfach mal getroffen. Jemand, der weiß, wie das geht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018